Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute bin ich im Klinikum Großhadern und spreche mit dem Ärztin-Direktor Professor Dr. Jauch. Wie sehen Sie denn den Standort München als Medizinstadt? Ja, ich glaube, München hat einen internationalen Ruf, der sich in den letzten Jahren ständig gefestigt hat. Das hängt natürlich nicht nur mit der Medizin zusammen, sondern auch das ganze Umfeld in München. Also vom Flughafen über BMW bis zu FC Bayern. Und in der Medizin haben wir natürlich Vernetzungen weltweit in der Forschung, aber speziell hier am LMU-Klinikum von uns sind auch Leute sozial engagiert auf der ganzen Welt in Hilfsprojekten, in Ausbildungsprojekten. Und dann kommen natürlich prominente Patienten auch her. Und wenn zum Beispiel Politiker aus einem Staat kommen, das spricht sich dann rum und dann kommen da auch internationale Patienten. Aber hauptsächlich beruht der gute Ruf schon auf der exzellenten Forschung und der guten Medizin, die wir machen. Genau. Wenn wir einfach mal zurückgeben, das Klinikum hat natürlich wesentlich auch dazu beigetragen, natürlich auch die TU mit dem Rechts der ISA-Krankenhaus, mit den anderen vielen Kliniken, die es in München gibt, mit den Ärzten, mit den Spezialisten. Aber wenn man mal schaut, wie hat sich die Medizin in den letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren entwickelt? Das ist ja ein unglaublicher Sprung nach vorne. Also die Medizin hat sich, würde ich sagen, hauptsächlich revolutioniert durch Informationstechnologie. Und da ist als erster Stelle die Bildgebung zu nennen. Weil das, was mit der Computertomographie, MRT, Kernspintomographie möglich ist, und das beruht ja auf IT-Technik, das hat die Medizin revolutioniert. Wir sehen heute schon in der Ausbildung und nachher am Patienten sozusagen den durchsichtigen Patienten. Wir können Krankheiten viel besser verstehen. Und wir können dann natürlich auch besser intervenieren. Und da gehört dazu die Medizintechnik, die Geräte, die Katheter, das alles, was man benutzt, das ist natürlich immer kleiner, immer technisch perfekter worden. Und da ist Deutschland in der Medizintechnik auch mitführend. Und so kann man immer schonender die Patienten behandeln. Jetzt, Sie sind ja selbst Chirurg. Wenn Sie mal beschreiben, wie Sie eben einfach junger Chirurg war, wie war da der Bereich damals und wie es auch heute? Also, ich meine, da hat man ja noch nicht so tolle Ultraschallgeräte gehabt und Röntgenschichten und so weiter. Wenn Sie das mal beschreiben. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ich kann mich wirklich noch an die ersten Tage und Monate als Assistent erinnern. Wie alt waren Sie da, wenn ich fragen darf? 26. 26. Und da hat das Krankenhaus das erste Ultraschallgerät bekommen. CT gab es noch. Aber ein Jubel, ohne ein Jubel. Ein Jubel. Und ich weiß, wie man ohne Ausbildung und alles hat man sich dann damit auch beschäftigt und hat plötzlich Dinge entdeckt, von denen man im Studium manche Dinge noch gar nicht gehört hat. Und wenn ich an die Operationen denke, da hat man sozusagen mit Skalpell und Pinzette operiert. Und heute hat man technische Hilfsmittel, wo man viel präziser arbeiten kann. Und um aufs Klinikum zurückzukommen in unserem neuen OP-Zentrum. Wo ist das jetzt? Das ist hier der mittlere Teil. Der mittlere Teil hier. Sagen Sie doch einmal dazu, was ist da alles drin? Ja, das sind ja 36 OP-Säle. Und wir haben da zusammen mit der Firma BrainLab in München und Siemens und anderen Firmen eine neue OP-Saal-Ausstattung mit Kameras und mit Bildschirmen entwickelt. Und der Operateur sieht auch bei ganz normalen Operationen das OP-Feld vergrößert und sieht Details. Das hat man früher nicht gesehen. Da hing es sozusagen am Vorstellungsvermögen, an der Erfahrung, am Talent. Der Chirurgen, des einzelnen Chirurgen, wie präzise er alles gemacht hat. Heute sieht man das ja vergrößert wie unter der Lupe. Also ich bin nicht die Kollegen, die da heute operieren. Und das ist sicherlich nochmal eine Qualitätsstufe ganz anders. Und man kann da natürlich nervenschonend operieren. Der Patient kommt natürlich mit der Schlüssellochchirurgie. Der kommt viel schneller wieder auf die Beine. Ja, wir machen heute ja viel größere Eingriffe. Wir machen die bei älteren Patienten. Und das Ganze funktioniert, weil wir schonender operieren. Und da ist gar nicht nur das direkte OP-Feld, sondern vor allem das Zugangstrauma ist geringer. Also man hat nicht die großen Schnitte am Brustkorb, am Bauch, sondern mit kleinen Schnitten oder mit der Schlüssellochtechnik. Und dann operiert man präzise ohne Blutverlust. Man braucht halt viel weniger Transfusionen. Und das ist alles, wir sagen, traumatische Schädigungen, wie bei einem Unfall, so bei einer Operation. Und das ist das, was den Patienten in der Regeneration so zurückwirft. Und darum erholen sich die Patienten halt schneller. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass heute zum Teil Roboter operieren. Also zum Beispiel bei urologischen Themen. Wie stehen Sie zu dieser neuen Technologie? Also die wird mehr und mehr kommen, weil es einfach in einigen Dingen noch präziser sein wird. Weil es von Chirurgen angenehmer ist, darf man auch nicht außer Acht lassen, ob ich entspannt sitze oder ob ich immer in gewissen Zwangshaltungen stehe. Also der Operateur ist quasi ganz weit weg vom Patienten? Der ist weg vom Patienten. Mit Sticks arbeitet er. Und seine Bewegungen, die er macht, übertragen sich auf den Roboterarm. Und gleichzeitig werden wir aber dazu kommen, dass sozusagen der Roboter aufgrund von Training auch Dinge erkennt und manches auch selber machen kann, wo dann der Chirurg das nur noch kontrolliert sozusagen. Also das wird in einigen Jahren sicher so sein. Im Moment ist das Ganze einfach noch viel zu teuer. Wir legen bei jeder Operation sozusagen 1.500 Euro drauf gegenüber einer offenen Operation, die man nicht bezahlt bekommt. Aber es gibt natürlich heute im Gesundheitswesen natürlich den aufgeklärteren Patienten. Der geht also zu Mr. Google. Der googelt mal und sagt, wer sind die Besten für das, für dieses Thema, speziell im onkologischen Bereich. Ich meine, all along wird sich das natürlich schon auch rechnen, glaube ich. Weil der Patient muss ja auch sagen, ich muss gewisse Gelder zurücklegen, um die beste Medizin aufzubringen. Denn Medizin... Also vom Wirtschaftlichen her, glaube ich, wird das nicht verhindert. Es wird sich entwickeln. Die Roboter werden günstiger, die Instrumente werden günstiger, die Kassen werden es bezahlen, weil es eine bessere Medizin ist, weil sich der Patient schneller erholt. Wo ich mir noch Gedanken mache, ist, wie die Weiterbildung und Ausbildung funktionieren wird. Und ich gehe schon davon aus, in der ganzen Breite wird der Roboter in der Chirurgie sich nicht durchsetzen, sondern es wird auf Zentren und auf einen Teil der Chirurgen sich beschränken, weil da muss jeder speziell trainiert sein. Und das kann man nicht einmal machen und dann nach einer Woche wieder, sondern da muss man intensiv im Training bleiben. Jetzt, ich frage jetzt einfach mal so als Laie, aber wir reden ja immer mehr über Hightech-Ärzte, also Hightech-Medizin. Wie wird denn das zum Beispiel an den Universitäten, im Studium, wird das schon gelehrt oder wird das getrennt zwischen Medizin und eben einfach die Möglichkeiten? Nein, nein, das kriegen die Studenten im Studium schon mit. Sowohl in der ganzen Bildgebung, früher muss man ja alles an Leichen und Präparaten sozusagen, das lernt man heute schon viel in der Schnittbildgebung, CT, MRT, dann im Ultraschall, weil die Studenten machen einen Ultraschallkurs und sie lernen bei uns auch. Können sie sozusagen an so Trainingscomputern arbeiten? Wie ist das, wenn man eine Schlüsselloch-OP macht? Das können die Studenten schon auch im Praktikum und im Kurs während dem Studium erlernen. Wenn wir einfach mal so über die Medizinstadt München reden, da spielt dieses Klinikum eine doch ganz wesentliche Hauptrolle, muss man mal sagen. Wenn man mal schaut, sind wir denn in der Weltklasse da am Vormarsch oder sind wir schon so weit, dass wir sagen, die Medizinstadt München, man sieht es ja, es zieht immer mehr Medizintouristen nach München, die kommen einfach eingeflogen und lassen sich einfach hier behandeln. Wie sehen Sie da, wo steht da München als Medizinstadt? Ich glaube, dass Deutschland und an der Spitze München von der Medizin ganz vorne stehen. Im Durchschnitt, aber auch in der Spitze sind wir mit vorne. Im Durchschnitt ist Deutschland sowieso, glaube ich, Medizin ist vom Spektrum von den großen Ländern ganz vorne. Und wir sind für viele, wir sind immer noch die kostengünstigsten in der Medizin. Wir Deutschen sind ja so veranlagt, dass wir was perfektionieren und ökonomisch, da wird der Druck schon zu hoch intern, aber auf internationaler Ebene können wir zeigen, dass man Spitzenmedizin auch zu akzeptablen Preisen machen kann. Und München hat in allen Disziplinen inzwischen, glaube ich, weltweit einen Spitzenruf. Wenn wir die Rankings anschauen von den Universitäten, dann sind wir noch nicht unter den Top 10. Aber an was liegt das? Das liegt aber daran, dass in Deutschland ja die Forschungsgelder und Ähnliches nicht alles an die Universitäten geht, sondern bei uns geht vieles an Helmholtz-Institute, an Max-Planck-Institute, an andere Forschungseinrichtungen, die aber sehr eng mit den Unis zusammenarbeiten. Aber das ist im Ausland nicht so und da geht alles zu den Universitäten und darum wird damit zweierlei Maß gemessen. Aber in Europa sind wir ganz mit vorne und in Deutschland ist LMU und immer vorne und TU auch unter den Top 5. Also und zusammen sind wir unschlagbar. Jetzt spürt man ja auch, dass zwischen der TU und der LMU, da gibt es ja immer mehr Synergien. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja ganz wichtig. Sagen Sie doch da mal was dazu. Ja, also das war schon, ich bin jetzt seit über vier Jahren ärztlicher Direktor und wo es um die Stelle und Bewerbung ging, habe ich gesagt, ich mache das. Aber eine Voraussetzung ist Unterstützung, dass wir mehr zusammenarbeiten auf der Seite im Ministerium und Aufsichtsrat. Und ich bin überzeugt, sozusagen als alleinständige Partner, die eng zusammenarbeiten, erreichen wir das meiste für jeden. Und diese Überzeugung hat sich inzwischen auf beiden Seiten in den Vorstellungen durchgesetzt. Wir arbeiten daran, in einer teilweise gesunden Konkurrenz bei vielen Dingen uns optimal abzustimmen, vieles gemeinsam zu machen. Und das hat uns, glaube ich, in Deutschland lange keiner zugetraut. Inzwischen wird es erkannt, ja, die können wirklich zusammenarbeiten. Und es funktioniert. Es funktioniert. Jetzt machen wir eine kleine Pause und dann sprechen wir gleich weiter, Herr Professor. Jawohl. Wunderbar. Sehr schön. Ja, Herr Professor Jauch, lassen wir uns mal einfach so ein bisschen auf uns, auf dieses Klinikum einsteigen. Also, wie viele Ärzte haben Sie denn da? Ja, wir sind etwas über 1500 Ärzte, von denen natürlich viele auch in der Forschung aktiv sind, aber ein Großteil ist schon in der Klinik ganz aktiv. Was bedeutet denn das für Sie jetzt als ärztlicher Direktor? Das ist ja unglaublich, was Sie da für eine Verantwortung tragen. Aber auf der anderen Seite, wie organisiert man so eine große Klinik? Wenn Sie einfach da mal was dazu sagen. Na ja, das Entscheidende an den Kliniken sind die Chefs, dass man die richtigen Chefs hat und die ihre Klinik führen und der Vorstand ist dazu da, möglichst gute Bedingungen für die einzelnen Kliniken, für die Chefs zu bieten, dass die sich entfalten können. Die sind ja an der Materie direkt dran, die wissen, wie sich das Fach weiterentwickelt und wir müssen die unterstützen. Und meine Aufgabe ist, die jenseits der einzelnen Kliniken das Zusammenspiel der Kliniken zu optimieren. Wie machen Sie das? Ja, man muss, es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, man muss Anreize schaffen. Oder auch Menschlichkeit fördern. Man muss überzeugen und Menschlichkeit, man muss, wenn wo was nicht optimal funktioniert, mit den Leuten reden. Und ich sage dann immer auch, man muss sich im positiven Sinn zusammenraufen. Also man muss es auch mal, sich die Meinung sagen und krachen lassen und dann sagen, okay, wir vertragen uns und wir machen das in Zukunft so und so und haben beide was davon. Ich habe gestern eine Radtour gemacht mit einem Pfarrer, mit Dekan Teil. Und während des Radfahrens hat er mir erzählt, er war kürzlich bei Papst Franziskus. Und dann hat er ja die Möglichkeit gehabt, ihn zu fragen, was denn so seine Richtung ist. Dann sagt er, ach wissen Sie, mir geht es gut, ich habe mich entschieden, meine ganze Energie in positive Beziehungen zu bringen. Das finde ich großartig. Und ich glaube, das sind auch Sie. Also das ist ganz entscheidend. Da muss man aber immer bei sich selber anfangen. Natürlich. Dass man sich nicht durch Ärger, und viel Ärger kommt natürlich hier an, dass man den Ärger abprallen lässt und in positive Energie wieder zurückbringt. Ich habe ja oft hier, sagen wir mal, Mitarbeiter aus der kaufmännischen ärztlichen Direktion von Kliniken, die dann sagen, wie geht es denn, dass wir dies und jenes verbessern und können Sie als Vorstand nicht allen befehlen, dass Sie jetzt das zu machen haben. Das heißt, so geht gar nichts. Also gestern waren zwei Kolleginnen da. Wir haben vor einem Jahr eingeführt ein Kommunikationstraining für Ärzte. Ein Kollege aus Basel, den ich seit dem Studium kenne, hat die erste Professur für Kommunikation zwischen Ärzten. Und das ist etwas ganz Dringendes, Wichtiges. Wir haben jetzt Trainer ausgebildet. Und jetzt wollen wir die Ärzte zusätzlich in Kommunikation ausbilden. Bei den Studenten macht man das ja auch schon. Aber wir müssen auch die jetzt schon tätigen Ärzte und die sagen, wie kriegen wir denn die Kliniken? Können Sie nicht befehlen, dass jeder seine Kollegen schicken muss? Nein, wir müssen uns überlegen, was für Anreize können wir machen. Gehen Sie hin und ich rede mit den Chefärzten. Wer möchte da mitmachen und seine Leute alle schicken? Wer erkennt dies und jenes zusätzlich an? Und man muss einfach mit positiven Dingen überzeugen und motivieren, dass alles, was mit Strafe geht, das macht nichts. Das passt nicht, das passt nicht. Jetzt sind Sie ja im Grunde der Chef von dem Wertvollsten, was wir überhaupt haben, ist die Gesundheit. Beschreiben Sie doch mal, was ist Gesundheit? Also für mich ist Gesundheit, wenn man sich wohlfühlt, wohlbefinden. Aber nicht wie die WHO definiert, das Fernsein allen möglichen, insgesamt zufrieden und gesund zu sein. Und das kann ich auch mit der einen oder anderen Behinderung oder Krankheit, das muss ich dann akzeptieren. Ich muss mich aber selber als gesund fühlen, so wie ich es schaffe. Und den immer wichtigeren Teil sind eben auch die, sagen wir mal, psychologischen, psychosozialen, familiären Gesamtbedingungen, die zur Gesundheit beitragen. Nun sind natürlich Ihre 1500 Ärzte, Ärzte ist schon auch eine spezielle Klientel, muss man einfach mal so sehen, die natürlich erstmal den medizinischen Bereich im Auge haben. Und manchmal ist so das Menschliche, das leidet auch für den Arzt, weil er sagt, ich stehe, also ich kenne jetzt zum Beispiel einen Herzchirurgen, der steht den ganzen Tag da am Tisch und hat überhaupt keine Zeit um seine Bedürfnisse. Darum finde ich das gut, wenn Sie mir da nochmal ein bisschen mehr erzählen oder uns, das interessiert sicherlich auch unsere Zuschauer. Was heißt das, eine Professur für Kommunikation für Ärzte? Was lernen die da? Lernen die da, emotionaler miteinander umzugehen, wenn sie nicht am Tisch stehen oder wenn sie nicht beim Patienten sind? Oder das kommt ja auch dem Patienten vermutlich dann zugute, wenn der Arzt einfach besser kommuniziert. Das kommt dem Patienten, das kommt dem in einem Team mit Pflegenden, mit Physiotherapeuten, mit dem Sozialdienst an, kommt es darauf an, die richtigen Dinge zu sagen. Und sich darüber klar zu werden, Moment, wenn ich was sage, heißt das noch nicht, dass das der andere akzeptiert hat. Oder dass er es so versteht. Oder dass er es so versteht oder dass er es umsetzt. Natürlich. Und dann gehen Sie davon aus, ja, ich habe das doch schon dreimal gesagt, hat das niemand wahrgenommen. Also es geht nicht nur darum, sich selber auszudrücken, sondern die Elemente in der Kommunikation bis zum Umsetzen. Und vor allem den Partner immer im Blick zu haben. Nicht nur von sich aus zu gehen, sondern zu sagen, wie nimmt der andere das wahr? Was versteht oder was kommt an? Was kommt an? Habe ich dem zugestanden, dass er Fragen stellt, dass er sich äußert, er hat was nicht verstanden, er sieht was anders. Dass man nicht sozusagen, ja, machen wir schon, in einer Woche ist wieder was anders dran. Dass man da ergebnisorientiert kommuniziert. Großklinikum Großhadern hat 48 Kliniken, 2000 Betten, 3400 Pflegekräfte. Das ist ja schon ein Mordsladen. Sie sind gut informiert. Ja, ja. Aber jetzt, wie wichtig ist denn der Arzt am Bett? Also es gibt ja Ärzte, die sind super am Tisch, am OP-Tisch, aber am Bett sind sie nicht so gut. Weil am Bett wird ja auch viel Gesundheit transportiert zum Schluss, ja? Also der Arzt-Patienten-Kontakt ist natürlich das Wichtigste an dem ganzen Klinikum. Der Patient ist wirklich im Zentrum unserer ganzen Anstrengungen. Und das ist jeden Tag bei jeder Visite, bei jedem Gespräch so. Und da kommt es natürlich darauf an, jeder Arzt geht auch etwas anders mit Patienten um. Und jüngere Ärzte müssen das lernen. Und für mich ist das eine der größten Herausforderungen, wenn ich einen Wunsch hätte, einer der größten Wünsche, dass sozusagen die Bereitschaft, Dienstleistung am Nächsten zu machen, an jedem Nächsten, immer wieder in den Blickpunkt rückt. Weil da haben wir schon auch immer mal wieder unsere Beschwerden, dass der Umgang Interaktion mit Patienten schlecht war, im ärztlichen Bereich, im pflegerischen Bereich, wo auch immer. Das kann man zum Teil verstehen, weil heute das alles unter einem enormen zeitlichen Druck ist, Arbeitszeitverdichtung. Es wird nicht genügend Zeit fürs Gespräch genommen. Und da spielt die Kommunikation natürlich auch eine Rolle, dass ich lerne, richtig zu kommunizieren. Dass ich auch erstmal den Patienten zu Wort kommen lasse, was ist dem wichtig, was liegt dem auf dem Herzen. Dass ich mich dazu bringe, sich zu öffnen und nicht immer um einen heißen Brei herumrede oder selber fürchte. Ich möchte die schwierigen persönlichen Dinge gar nicht ansprechen, weil ich will mich gar nicht so in das Private hineinlassen als Arzt. Auf der anderen Seite, Herr Professor Jauch, glaube ich schon, ist es wichtig, dass man nicht nur immer wieder den Patienten sieht, sondern den Mensch. Und die Kommunikation zum Patienten ist bei manchen Ärzten eben vom Arzt zu Patient und nicht vom Arzt zu Mensch oder umgekehrt. Auch der Patient sagt, irgendwie habe ich vielleicht nicht den Draht zu dem Arzt jetzt, aber er hilft mir ja oder hoffentlich hilft er mir. Also diese Ängste, die man ja auch nur zwischen Menschen irgendwie abbauen kann. Und wenn man sagt, ja, passen Sie mal auf und Sie müssen ja auch gerade in Ihrem Klinikum manchmal auch harte Gespräche mit Patienten führen. Gerade im onkologischen Bereich, wo man sagt, schauen Sie, wir haben jetzt die und die Möglichkeit, Sie müssen unterscheiden, wie viel Hoffnung kann ich dem Patienten oder dem Menschen geben. Und wenn ich ihm zu viel Hoffnung gebe, dann ist es auch nicht in Ordnung, sondern ich muss ihm einfach irgendwo, muss ich ihn auf die Wahrheit bringen. Und da ist es schon wichtig und das stellen wir halt auch immer wieder fest, also auch bei mir in der Akademie, wir machen ja viel mit Motivationsforschung, dass eben die sprechende Medizin manchmal sehr fokussiert ist auf Arzt-Patient und nicht Mensch-Mensch, weil der Arzt ist ja auch ein Mensch. Und wenn der einfach mal liebevoll sagt, schauen Sie mal, das kriegen wir hin oder wissen Sie, wir müssen jetzt einfach, was auch immer, einen harten Eingriff machen. Und der Patient macht oder der Mensch macht ja da mit, wenn er einfach auch merkt, das ist irgendwie von Mensch zu Mensch. Also ich glaube, das ist wichtig und da gehört auch dazu, dass man sich zum Patienten hinsetzt, dass man nicht als stehender Arzt von oben herab mit ihm redet. Oder auch mal aufs Bett setzt. Sondern dass man sich einen Stuhl nimmt und nebensetzt, dass man den Patienten anfasst. Auf Augenhöhe. Viele Kollegen fassen halt Patienten nicht mehr an. Also auch mal berühren oder so. Wenn ich nur berühre, das ist eine andere Situation, als wenn ich nur rede. Sehr gut. Da kommt natürlich gleich die Hygiene, man darf sich nicht aufs Bett setzen, man muss sich dann die Hände desinfizieren. Aber es ist extrem wichtig, viele Patienten vermissen diesen persönlichen, diesen direkten Kontakt. Und da reicht es, wenn man sich die Hand gibt, wenn man auch kommunizieren ist. Oder den Namen sagt. Wenn man zwei Minuten hinsitzt und nichts redet. Ja, nur Fühlung, dass das Gefühl da ist. Jetzt lassen Sie uns doch mal über ein Sorgenthema kommen. Und zwar die Stadt München hat eine wunderbare Infrastruktur. Weil Sie können von hunderten Ärzten auswählen, der, jenes. Es gibt tolle Ärzte. Aber der Arzt alleine ist es ja nicht, sondern es braucht auch die Schwestern, die Krankenschwestern, die Reinigungskräfte etc. Und die haben natürlich, die sehen München natürlich aus einer anderen Perspektive. Und zwar das Portemonnaie ist schneller leer, als der Monat endet. Und sagen Sie doch da mal was dazu. Das ist ja auch Ihr spezielles Sorgenkind, wo Sie sagen, da müssen wir was tun. Da muss auch die Politik ran. Da muss einfach mal wirklich tacherless geredet werden. Also es ist schon in der Politik angekommen. Es ist in der Öffentlichkeit ein Thema. Aber die Tragweite vom Ganzen wird noch nicht wirklich so wahrgenommen. Es wird dann mehr über Pflege, Altenpflege und Ähnliches, wo massive Engpässe sind. Aber im Kliniksektor, und das betrifft nicht nur unser Klinikum, sondern viele Kliniker, da ist der Pflegepersonalsituation für mich das Risiko Nummer eins für das Gesamtklinikum. Unsere Leistungsfähigkeit wird maximal gefördert durch den Pflegenotstand, den wir zum Teil schon nahmen. Und der sich abzeichnet, nicht besser zu werden. Und um da wirklich nachhaltig und dauerhaft eine Besserung zu erreichen, müssen wir sicherlich auf der einen Seite auch auf ausländische Pflegekräfte zählen. Aber wir müssen vor allem die Lebenshaltungskosten, die Wohnungen, Mietkosten für Mitarbeiter in diesen Berufen, in der teuren Stadt München so gestalten, dass der Arbeitsplatz attraktiv bleibt. Und die jungen Schwestern nicht wegziehen, wenn sie Familiengründen wollen oder so, wo sie sich München nicht mehr leisten können. Und gerade das Pflegepersonal ist ja so wichtig auch beim Gesundheitsprozess. Also so eine Nachtschwester da, da ziehe ich einfach den Hut, die einfach motiviert ihren Job macht. Und wirklich für wenig Geld. Wieso kommt das bei der Politik nicht? Was sagt denn der Herr Spähnle dazu? Da müssen doch die Alarmglocken läuten. Naja, wir melden das schon immer und wir müssen bei uns dringend unsere Pflegewohnungen sanieren und neu bauen. Wir haben, ja, das Klinikum hat 2000 Apartments, aber 80 Prozent dieser Apartments sind Einzimmer-Apartments mit 23 Quadratmetern. Das ist heute nicht mehr ein Zustand, den kann ich einer Schülerin zumuten für zwei, drei Jahre, aber nicht nur Pflegekraft als dauerhaftes Apartment. Da müssen wir was tun. Die Pflegenden, die sind wirklich engagiert, voll dabei. Die sind heute extrem gefordert. Die müssen dann auch in eine private Umweg kommen, wo sie sich wohlfühlen. Dass sie sich wieder erholen, dass sie ihre Kräfte schöpfen. Dass sie positiv aus dem belastenden Alltag sozusagen neue Energie kriegen. Ja, Herr Professor Jauch, wo nehmen Sie denn die Energie her? Weil das ist ja schon Ihr spezielles Thema auch zu sagen, ich muss einfach auch an den richtigen Stellen einfach mal wirklich die Alarmglocken läuten lassen, dass wir eben einfach für das Pflegepersonal, dass wir da einfach mehr auch Mittel bekommen. Ja, da geht es nicht nur um Energie, da geht es um die richtigen Hebel zu finden. Und da geht es uns wie vielen Leuten, wenn sie mit Ämtern zu tun haben, dass man von Pontius zu Pilatus geschickt wird, Finanzministerium, Wissenschaftsministerium, die Stadt, wo kann man welchen weggehen. Und da gibt es überall Regularien, die uns sagen, warum geht dies oder jenes nicht. Und wir sind dran, da einen Weg zu finden, dass wir... Das ist ein Marathon. Das ist ein Marathon. Jetzt frage ich Sie mal, München ist ja ein Magnet für Medizintouristen. Da gibt es natürlich auch logischerweise Wohnungen, die vermietet werden, was einfach nicht seriös ist. Aber über das, das wäre eine eigene Sendung. Aber warum ist das so? Ich meine, hier ist ja eine Ärztedichte sehr unglaublich. Also ich glaube, München ist einfach bekannt, dass man top medizinisch versorgt wird. Und zwar auf allen Leveln, vom niedergelassenen Arzt bis zur Universitätsklinik, auf allen Gebieten, vom Neurochirurgen bis zum Herzspezialisten oder Kinderarzt. Und das dann im internationalen Vergleich zu bezahlbaren Preisen. Also in der Schweiz müssen Sie dreifache zahlen, für dasselbe oder in den USA das Zehnfache, wenn jetzt jemand aus Russland oder sonst wo herkommt. Und dann haben wir natürlich einen tollen Flughafen. Und dann ist für viele die Stadt München und Umgebung, also da macht auch mancher dann einen Medizinurlaub beziehungsweise bringt unter Umständen Angehörige mit. Und da denke ich jetzt nicht nur an die arabischen Patienten, sondern auch an andere, die, wenn sie hier zwei Wochen oder drei Wochen sein müssen, auch sozusagen die Umgebung in München genießen können. Und jetzt spricht man ja immer, es gäbe eine Zweiklassenmedizin. Also die Leute, die jetzt 100% privat versichert sind, die können sich den Arzt leisten. Aber was ich einfach immer wieder höre, ist das hier nicht der Fall. Also egal, wenn jemand reinkommt, da schaut man nicht jetzt, was hat der für eine Versicherung, sondern ihm wird geholfen. Also vom Medizinischen her bekommt bei uns jeder Patient die bestmögliche Medizin. Wenn es so Unterschiede gibt, dann mag es mal sein in Terminvergaben. Und das hängt nicht davon ab, dass Privatversicherte einen schnelleren Termin kriegen oder so. Das hängt dann vom Chef ab, dass der sich etwas mehr einschätzt als vielleicht ein Stationsarzt oder einen anderen von einzelnen Patienten. Und dass einfach das persönliche Engagement vom Chef dann zusätzlich dahinter steht. Es ist aber nicht direkt die Medizin, sondern wirklich das eigene Engagement. Aber das haben auch Oberärzte, die auf ihren Stationen zuständig sind. Aber bei den Chefs, das sind die Führungspersonen, die da, glaube ich, so vorangehen. Und dann haben wir Kliniken, wo das über die ganze Klinik gleich ist. Und dann gibt es auch Kliniken, wo dann gewisse Abstufungen stattfinden. Aber keine Zweiklassenmedizin. Das ist wunderbar. Jetzt, wenn man mal so schaut, natürlich gibt es die Zweiklassenmedizin in anderen Ländern. Also, und dann muss man eben sagen, hier, wie zahlen Sie? Dann erst die Kreditkarte und dann sieht man erst den Arzt. Das ist ja schon auch etwas, was hier nicht in Deutschland, also sagen wir mal, kommen wird. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Das kommt sicher nicht. Sodass jeder weiß, wir Menschen werden dank der Medizin alle älter oder die meisten Menschen. Und da ist natürlich auch eine konstante, gute medizinische Betreuung natürlich ganz lebenserhaltend. Jetzt drehen wir doch mal, Sie haben in 2016, haben Sie 10 Millionen Gewinn gemacht. Nein, wir haben... Betriebsergebnis. Ja, Betriebsergebnis. Aber wirklich ein Gewinn sind nur 600.000. Ah, okay. Aber das Betriebsergebnis war doch im Plus. Das Betriebsergebnis war positiv. Macht Ihnen das auch manchmal Sorgen, wenn Sie sagen, Mensch, das Betriebsergebnis sollte positiv sein? Oder klammern Sie das aus? Also, wir sagen, und ich sage das auch zu den Chefs, wir brauchen nicht nur Betriebsergebnis, sondern wir brauchen einen höheren Gewinn. Weil wir denn alles investieren wollen in neue Geräte, in neue Möglichkeiten, in neue Techniken. Wir sind ja nicht eine Klinik, die dann an Shareholder, Aktioninhaber, Eigentümer was ausschüttet, sondern was bei uns Gewinn ist, geht alles wieder ins Klinikum, in neue Ausstattung, dass wir immer die top neuen Geräte haben, die besten Möglichkeiten oder auch in Forschung und Ähnliches. Inwieweit partizipiert da auch, sagen wir mal, Ihr Großklinikum, dass es eben Siemens am gleichen Standort gibt? Siemens ist da schon auch, oder Philips, diese europäischen Medizingiganten, die sind schon auch wichtig, glaube ich. Also, wir arbeiten viel mit den medizintechnischen Firmen zusammen, weil wir einfach auch viele Entwicklungen gemeinsam machen. Ich habe es vorher gesagt, wir haben mit BrainLab, da waren aber vier Firmen beieinander, Siemens, BrainLab, Questron ist eine schwedische Firma, Video- und Tontechnik, Firma Trumpf, die machen opetische, haben wir Projekte zusammen gemacht. Wir haben mit Siemens immer sehr oft bei der Entwicklung von neuen Geräten, wo wir oder auch rechts der Isar oder auch mal Erlangen sind, diejenigen sind, die den ersten Probetyp bekommen und dann da auch die Protokolle erarbeiten, wie finden Untersuchungen statt. Und speziell bei Siemens kann ich schon sagen, wir sind das Klinikum, mit dem Siemens die meisten Entwicklungs- und Forschungsprojekte hat. Und das hängt natürlich an den ärztlichen Kollegen bis hin zu Physikern, die da in der Entwicklung mit sich unterstützen. Wir kriegen aber nichts umsonst. Also die Zeiten, wo dann Siemens sagt, wir stellen euch ein Gerät hin, das geht ja heute überhaupt nicht mehr. Und wenn wir Geräte ausschreiben, wir müssen dann EU-weit ausschreiben, dann haben erstmal alle dieselben Stadtbedingungen. Aber in den Kooperationsprojekten hat man sehr viele gemeinsame Interessen. Großhadern investiert, wie schaut Großhadern in den nächsten fünf Jahren aus? Ich habe lernen müssen, dass es im Bau nicht so schnell geht, wie man es sich vorstellen möchte und wünscht. Aber wir haben eine klare Vorstellung mit der Neubaukonzeption. Wir haben jetzt einen Bauantrag, den das Ministerium gut geheißen hat, für den ersten Teil vom Neubauabschnitt, wo wir ein Herz-Lunge-Gefäß-Zentrum, also wo wir alle Disziplinen, die mit Herz und Lunge zu tun haben, in einem Gebäude haben, von den Betten über Intensiv, Ambulanzen, Funktionsdiagnostik. Und dann haben wir ein Gebäude, Onkologisches Zentrum, wo die onkologischen Kliniken und Schwerpunkte zusammenkommen. Und dann noch zusammen mit der LMU, da bin ich ganz stolz drauf, dass wir das geschafft haben, mit der LMU gemeinsam ein Institut zu bauen, wo die diagnostischen Bereiche, Virologie, Bakterologie, Labor, Transfusion, Immunologie und Genetik zusammenkommen in einem Gebäude, um die Interaktion zwischen Forschern und Klinikern noch enger zu machen. Jetzt sind Sie ja selbst ein wirklich fantastischer Chirurg. Haben Sie mal wieder Lust, auch mal wieder mit der neuen Technologie? Ja, da versuche ich möglichst selten in den OP zu kommen, weil wenn ich im OP bin, dann juckt es. Dann juckt es, aber ansonsten fällt mir das nicht. Was mich freut, ist, dass ich immer noch Patienten habe, die immer mal wiederkommen. Aber Sie operieren noch, oder? Ich operiere nicht mehr. Aber ich vermittle noch das eine oder das andere oder bin auch sozusagen engagiert in Asien, Afrika, um Wissen weiterzugeben. Aber ich operiere auch dort nicht mehr. Ich stehe mit am Tisch und gebe Tipps und Erfahrungen weiter, aber ich operiere nicht mehr. Jetzt ist ja München wirklich fantastisch logistisch vernetzt. Der ganze Bereich, wenn jetzt wirklich ein Notfall auftritt. Sagen Sie doch da was dazu, wenn man jetzt die 112, also jetzt wird jemand ohnmächtig, jetzt geht es ja sofort rum, jetzt kommt da ein Notruf auch bei Ihnen in der Notaufnahme an. Dann wird schon vorab geklärt, was könnte sein. Also ich glaube, da sind wir in München Paradebeispiel, wie man sich organisieren kann. Und da hat die LMU zusammen mit dem Innenministerium Schrittmacher den Steck gemacht. Wir haben seit 20 Jahren jetzt ein Institut für Notfallmedizin, Medizinmanagement. Und die koordinieren und entwickeln die ganzen Szenarien für Notfallmedizin, für Massenunfälle, für erste Rettung. Und es gibt in München einen Plan, wie werden bei 100, bei 200, bei 300 verletzen. Wie werden die verteilt? Und dann hat unser Institut mitentwickelt oder Federführend entwickelt. Und ob jetzt beim G7-Gipfel, bei der Fußball-WM oder was auch immer mit großen Ereignissen sind, da werden diese Bereitschaften dargestellt. Oder wenn Sie zurückdenken an das Zugunglück in Aibling, da hatten wir oder vor einem Jahr bei dem Amoklauf, da hatten wir dann innerhalb von einer Stunde immerhin zwölf OP-Mannschaften und 20 Intensivbetten mobilisiert. Werden die auch zu Hause angerufen, wenn die nicht da sind? Ja, klar. Es geht automatisch die Telefonanrufe durch. Also da sind wir gut aufgestellt. Jetzt, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Jetzt frage ich Sie mal etwas, was würden Sie denn dem bayerischen Ministerpräsidenten, der jetzt anstelle von mir Ihnen gegenüber sitzen würde, der ja auch das Klinikum sehr schätzt, wenn Sie sagen, Sie haben da so einen Wunsch, was würden Sie ihm da sagen? Ja, ich würde ihm sagen, er soll uns volle Rückendeckung geben bei den Bauplanungen, bei den Bauprojekten. Und er soll uns helfen, dass das Finanzministerium uns ermöglicht, Personalwohnheime zu bauen. Sehr schön. Das ist doch ein schöner Schluss. Liebe Zuschauer, das war es schon wieder. Diesmal sind wir gewesen im Großklinikum Großhadern hier, Professor Jauch, der ärztliche Direktor. Und Sie haben es gesehen, der ist nicht nur ein toller Arzt, sondern auch ein toller Mensch. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Schönen Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Bis dahin noch Das war's für heute. Das war's für heute. Bis dahin noch ein paar Tage. Bis dahin noch etwas furniture, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann wieder da noch eine gute Zeit. Bis dann wieder da. Vielen Dank.